Blood Orange war das mit dem Stück Champagne Coast. FM4 My Fantasy Kingdom Die Fantasy Woche auf FM4 Diese Woche geben wir uns verspielt und tauchen ein in die verschiedensten Arten von Fantasy Games. Eine Art von Spiel, die diesbezüglich besonders wichtig ist seit den 70er Jahren, ist das Pen & Paper Game. Ein Spielleiter erklärt die Geschichte. Die anderen Spielerinnen und Spieler nehmen die Rollen in dieser Geschichte ein und durchleben sie gemeinsam. Die Spielerinnen und Spieler müssen immer wieder Entscheidungen treffen, Rätsel lösen, Gegner besiegen und über Erfolg oder Niederlage entscheiden die Würfel. Besonders bekannt ist das US-amerikanische Pen & Paper Spiel Dungeons & Dragons. Da gibt es auch noch das deutsche Spiel Das Schwarze Auge, das ist auch nicht unbekannt. Und jetzt, eben jetzt, gibt es Premiere. Das erste Pen & Paper Spiel aus Österreich. Und dieses Spiel heißt Finsterland. Ja, das sollen uns jetzt einmal die zwei Macher von Finsterland näher bringen. Gregor Eisenwort und Georg Pils heißen die beiden. Und am besten, wir spielen einmal. In kleiner Runde. Conny Lee spielt mit. Los geht's. Vor einiger Zeit hat sich ein Haberer von euch bei euch gemeldet. Er steckt furchtbar in Schwierigkeiten und er weiß nicht, was er machen soll. Und das ist eine ausgesprochen unangenehme Situation für ihn. Wir spielen das Finsterland-Einsteiger-Abenteuer ein kleiner Gefallen, in dem es darum geht, den Spuk im Haus eines Freundes aufzuklären. Ich bin im Spiel ein Machinator, ein Mensch, der teilweise aus Maschinenteilen besteht. Finsterland orientiert sich am Mitteleuropa Anfang des 20. Jahrhunderts. Also es ist eigentlich ein Mischmasch von, sagen wir mal, französischer Revolution bis Erster Weltkrieg. Das Ganze ist ein bisschen aufgepeppt mit technischen Entwicklungen, die damals noch nicht so in der Form existiert haben. Also Dampfmaschinen, aber auch dampfgetriebene Ersatzkörperteile, wenn man im Krieg verletzt worden ist. Und immer populär in Rollenspielen, Magie und Zauberei. Ausgehend von diesem Setting und dem dazugehörigen Regelwerk, können die Spieler sich selbst alle möglichen Geschichten konstruieren. Dabei können sie, wie ich, einen Machinator spielen oder eine Diebin, einen Magier, einen Ritter oder eine andere Figur aus der Welt von Finsterland. Die Eigenschaften der eigenen Figur werden dann durch die Würfel bestimmt und auf einer Art Formular, einem sogenannten Charakterbogen, festgehalten. Also ich bin länger Rollenspieler, als ich nicht Rollenspieler bin. Und irgendwann einmal hat sich dann ergeben, dass wir ein eigenes Ding machen. Und im Laufe der Zeit ist es gewachsen und dann habe ich irgendwann begonnen mitzuschreiben. Und dann war so, jetzt müssen wir das auch irgendwie veröffentlichen, weil wir haben ja so viel Arbeit reingesteckt, jetzt wäre es schade, wenn es nicht rauskäme. Und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht mehr so einfach. Ich habe einen eigenen Verlag gegründet, habe eine Druckerei aufgetrieben. Diesen Herbst ist Finsterland nun erschienen und es sind schon über 100 Exemplare verkauft worden, was in Anbetracht des kleinen Marktes für die beiden Macher von Finsterland ein großer Erfolg ist. Aber warum macht man denn überhaupt ein Pen & Paper in Zeiten, wo es die aufwendigsten Computer-RPGs gibt? Im Gegensatz zu Computerrollenspielen gefällt mir, dass das Ganze ein sehr soziales Hobby ist, weil man einfach mit Leuten direkt am Tisch sitzen und gemeinsam spielen kann. Außerdem sind die Möglichkeiten in einem Pen & Paper Game nur durch die Kreativität der Mitspieler begrenzt. Bin ich in einem Computer Game mit einem Gegner konfrontiert, so kann ich zwischen einigen vorgegebenen Waffen oder Fluchtwegen wählen. Bei einem Pen & Paper kann ich auch versuchen, mit meinem Gegner zu diskutieren oder greifbare Gegenstände irgendwie gegen ihn einzusetzen. Oder ich singe ihm Jingle Bells vor und warte, was passiert. So ein Pen & Paper Game kann drei Stunden dauern oder einen ganzen Tag oder man spielt über mehrere Spiele-Sessions hinweg an einer Kampagne. Unsere Proberunde dauert nicht zu lange, aber ich merke schnell, warum diese interaktiven Geschichten Spaß machen. Aber ich bin dafür, dass wir, bevor wir Svensson einen Besuch abstatten, wir erst mal diese Falltür öffnen und nachsehen, was sich darunter befindet. Okay, vielleicht kann man das irgendwie von oben aufprimeln. Ein Geschick- und Handwerkwurf, um das aufzufitzeln. Ein Erfolg. Mehr Infos zum Pen & Paper Game Finsterland gibt's bei uns online, FM4 oder FHT.